Willkommen zurück, ihr Geigeinschnitt, hierzu noch in den Worms Clan Wars. Mit dabei sind Sebastian, Christian und DaluKat. Wir sind auf einer... Hallo. ...mechanischen Insel. Oh ja, ich darf anfangen. Ich hab mir die Web noch gar nicht angeguckt, was mach ich denn? Was sind denn alle? Ich glaub wir fangen einfach an. Geilen Schuss, hoff ich. Höher. Bäm. Boah, wär der fast noch mit runtergerutscht. Ah. Wir sind da, 70, 79, 84 damage von der Bazooka, ist totally fine für mich. Das könnte jetzt Auer werden. Ich glaub das Wasser fließt beide Male drüber. Bei dem ersten nicht, beim zweiten vielleicht. Vorne auch, oder nach unten. Und eher nach oben versuchen. Nach oben und weg gehen. Nachher ist das so wie bei Dalu, der zu starken Arm hat. Das sieht schlecht aus. Aber richtig gut. Und... Die Mine. Ah, nein. Die Mine, die Bram... Ah! Das gewittert nicht. Aber Dalu steht da noch. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Der ist weiter links, als der andere Wurm, der runtergerutscht. Okay. Dalu steht da noch, alter. Dalu steht heute unter einem guten Stern. Ah, ich stehe mit drei Würmern hier unten in so einen Katakomben, wo viele Killer sind. Welche Farbe bist du denn? Yelp. Wie immer. Ah ja. Natürlich bin ich gelb mit dem Team. Auf gute Nachbarschaft Dalu, ne? Ja, dann lass du einfach nach links rüber schießen. Ja. Tschüss, tschüss. Ganz okay. Was tun wir denn hier? Da ist ein Blindgänger rechts. Ja, auf jeden Fall ist da ein Blindgänger. Ich glaube hier auch dran. Was mache ich? Was melke ich denn dann? Ist da links ein Loch oder ist das... Ne, ne? Da ist keine... Da ist kein Abgrund. Der Taste. Jawoll. Das sieht aus wie ein Loch. Da ist ja schon Angst, dass Sepp wieder einen Zug lang nix macht. Wow! Wow, wie abgobisch. Was wird das für eine Explosion? Das hat weh. Das hat weh. Das Recht sieht zwar verlockend aus, weil da vier Leute nebeneinander stehen, aber du kannst eigentlich immer nur zwei angreifen. Du kannst doch vor allem so was nicht machen. Oh, da fällt runter. Ah! 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 Du kannst doch nicht schließen. Du wirst ja auch erst platzieren... Ah ne, hättest du ja nicht... Hättest du ja nur noch fliegen dürfen, ne? Der wird ja... Ah! Jetzt ist der 95er dran, das ist doch Arsch! Das ist doch so schlimm, du stehst doch eigentlich ganz okay. Ich hätte den 150er lieber gehabt, weil dann wäre ich hier komplett weggegangen, aber den 95er werde ich jetzt nicht großartig umstellen. Und den 121er, dann explodiert das Wasser, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Aber vielleicht kommt die Flasche da runter. Hey Bram, lass dir das nicht gefallen. Brems! Okay, die ist runtergekommen, aber nicht so wie ich dachte. Die macht jetzt einen Pumbage. Was ist denn in der roten Flasche drin, ist Explosion? Ja, ich glaube auch. So Party People, ja? Das hier ist the place to be. Ist das Champagner gewesen? Shit, ich habe keinen Wind. Ein bisschen nach links kannst du ja. Einfach gerade nach oben schießen. Oder du nutzt den Teleport. Ich nehme einfach, ich hole noch die Kisten und dann ist gut mit dem Wurm. So, dann soll er daran stehen. Ich konnte leider nur eins lesen, weil die untereinander standen direkt. Ich glaube, ich bleibe lieber hier vorne. Ach! Ja doch, hat es nicht gelohnt. Also ist okay. Das ist jetzt keine weltbewegende Sache. Wir machen jetzt einfach wieder mit der Mine. Das ist doch das einfachste. Fällt der vielleicht noch in das Loch hier rein? Da passt der nicht rein. Zu dem MG. Ja, ja. Ach! Ach! Der Heft schippt mein China, ja? Was machst du mit dem Fass? Gar nichts. Da hab ich mir mal andere Dinge da holen. Jetzt stelle ich mich hier hin. was passiert jetzt jetzt nur noch weg spielen also du kannst du jetzt noch töten indem du den ausbeförderst das spielt auf der bank immer da stehen ich bin mir einfach der schwächste gerade noch ganz gut kann ich das selber blocken noch eines das loch hat echt kurz gezündet ja du bist doch grün ja aber das war viel schaden für eine besucher ich habe im 43 eigentlich andere sachen vorgehabt aber die leider nicht verfügbar ich wollte den opfern wie viel schaden machte wenn den opfer ist das war doch irgendwie nicht so viel oder der dicke doch galo du weißt was er vor hat ne der denied immer die fässer da war bisher die einzigen gekriegt drei stück haben wir gegönnt bis jetzt aber noch hast du den wurm da oben noch nicht mal geopfert der steht ja noch da war schon wieder mit einer anderen stimme dies hoch explosiv das ampel ist hatte angefangen ja da oben links ist ein telefon wofür ist das denn oh das geht direkt hoch wenn das jetzt gefällt weiß ich auch nicht die glasflaschen müssen fehlen das ist jetzt ein bisschen doof ich hab dich was macht ihr alle da oben eine schnuckelige insel hier oben da unten bei jalus seiner ecke da geht die richtig Party ab ich sehe da ne neue kiste für mich ja die darf auch kein anderer kriegen ne vier minuten sogar noch ist echt lange endlich mal einer ups ja vernünftig werfen kann lol du hast doch so nen boost bekommen wie ist der denn weggeflogen Christian ist einfach noch weiter geflogen haben wir einen low gravity auf der karte an ja ich auch mein wurm hat es auch so rüber gezogen ich glaube deswegen dem wasser dass das wasser dich noch weiter schiebt ich hab dich aus dem wasser raus geholt alles super ach hier ist doch scheiße wie viel leben hat Zip eigentlich noch mit seinen ganzen Würmer das gibt es ja gar nicht und der hat halt nur einen der auf 290 sind sonst sind ja alle vollläufig das richtig selber ja 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 ich hab Glück mit dem Spawn hallo meine Freunde na 75 wenn die genau drauf ist kann man den äh den von Bram oben den vergiften ich bin ein Ketchupfreund würdest du hier mich nicht abschießen wenn der da in seinem in seinem Kokon hängt dann kann man den mit wasser weg sprühen aber kann man den auch vergiften den müssen wir wegpülen ich glaub nicht ich glaub nicht ich glaub nicht ich glaub nicht ohhhh ne ich selber geil hallo Bram das hat nicht mir gereicht nein 2-2 ist nicht im Wasser er ist tot Wasserexplosion macht ja nicht so viel Schaden ja trotzdem tot äh schade ich wär jetzt gern mit dem 70er dran dann könntest du da oben mal richtig Ramazamba machen ja oh ja ne kann man hier auch wenn der jetzt keinen Schaden kriegt ja dankeschön nein Martin oh oh schön die richtigen anfurzen oh scheiße der zieht rüber Mist ah ja die Oma macht ja so ne Mörder-Explosion ja so oh nach unter Wasser bisschen Pupser wir haben natürlich genau drauf stehen vorher gemacht du bist jetzt du bist der Quatsch das Effer du hast hier Legionssaft getrunken Berlu deswegen bist du jetzt grün du bist stärker das Fell ja das Gieß ach genau ah fuck du wolltest schon wieder Waffen holen Leute Esel der hat den Esel gehabt alles klar boah scheiße der Esel ist halt alleluja ei 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 boah ist das bescheuert ich glaub ich bin geil du hast den 30er noch da links oder ich glaub ich hab mich selbst einfach gefinisht ja stimmt bei mir war echt crazy ich hab auch 3 Würmer verloren ja NIEIN 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 NICHT war ey ich hab Pech oh man oh die war aber wenigstens krieg ich die Medaille für den meisten Schaden gemacht ja ja das denk ich schon die wirst du kriegen ja den meisten Kills guck mal das Schutzschild der legt immer noch ja 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 guck mal wie nah alle beieinander sind jetzt ja ergiftet Dalu ist der weißt du in so Actionfilmen ist Dalu der der die ganze Welt einfach irgendwie brennen sehen will damit alle wieder gleich sind und nennt mich Sylvanas hör und ich bin tot geil ich hab mich mit einem Move du hast ja nochmal hoch korrigiert ja aber du fließt nach rechts jetzt Dalu weil ich zuerst explodiere dadurch hat Sepp sich selbst gekillt alles gut NIEIN hab Leute gekillt das hat mir gereicht ja jawohl war das nicht so ne asoziale Aktion hier einmal mal ausgelöscht Bram hier boah das fühlt lustig das ist ja schon die Holy ja ne ne da was ist das denn oh ne was hast du jetzt Armageddon gekriegt das wäre ein geiles End äh Armageddon hab ich nicht gekriegt was ist das denn da das kann ich mir auch noch nicht leisten also ich bin grad ein bisschen planlos ich äh Paketenwerfer ich brauch mal ne Rampe ah ok ein Trichter damit die Granaten auch bei mir liegen bleiben boah kann das sein das neben dem Geschütz liegt guck mal ja meins neee am Ende des Tages wird es dich ficken ne ne ich mach jetzt mal einen herrlichen Abgang warum warum eee nein hu das reicht oder das wenig ein jetzt hab ich einen und jetzt ertrink ich's doch ja aber ich ertrink doch oder bevor ich dran bin nach der Runde ne oh Gott du musst Bram nach links weg ballern jetzt da hin jetzt da hin um dann von Christian abgeschossen zu werden ja oder geh ich hier hier ist eigentlich ganz gut ne Alter wo hat der den Esel gezählt das war ja bum bum uh so verkehrt boah mit einem Leben renne ich hier weg hmhmhmhm einfach ne Runde na gucken ob wir Sepp jetzt killen hmhmhm könnte gut gehen ja ne reicht glaube ich nicht oh oh hat keinen schaden gemacht man hat keinen schaden gemacht das ist korrekt was ist das denn hier für ein grüppelbettel der kann ja nicht schade kann den boden nicht wegschießen könnte dich da wegschießen aber du landest auf dem eisen ding ja das ist ein kleines problem das hast du an der öffnung zu seinem versteck ich bin davon mal stehen okay wo hat der christian erkannt also ich hab den higher ground hier das hat teleport schild ich hab das noch nie benutzt der vorstelle ist das ja das doppelt was du kannst du auswählen bei welchen wir können sie doch noch mal nee bram hat er da unten schon wieder was gekriegt und du kannst du schon die banane schmeißen aber sprich kann man sich trotzdem einfach mal holen die banane kann ich nicht schmeißen holy ist jetzt erst oder ja probieren aber das nochmal vielleicht kann ich das ja ein bisschen besser diesmal schmeißen aber ich komme jetzt eine schild gemacht habe mir ich komme bis da ja der war richtig gut der war auch richtig gut Da kann ja jeder gewinnen hier, da ist alles noch nicht entschieden. Ich kann mich nicht mehr bewegen, das ist das Problem. Jetzt hat sie noch eine Runde, bevor sie zumindest runterfällt. Niemals! Oder Schaden kriegt durch die Explosion. Sie wollen eigentlich immer alle hier auf mich gehen, ihr kriegt euch gar nicht. Weil ich Brom dann nicht weggeschossen kriege. Ich jetzt gerade auch nicht. Oh, was ist das denn jetzt? Warte, warte, jetzt Angst einjagen. Oh, ich wollte dich noch mal zeigen, weil ich dachte, man benutzt es nicht so aus wie ein Ronderblitz. Wie ändere ich dir die Richtung? Mit Tab. Magis, was ist das? Nein! Jetzt kommt die Banane doch. Ach ja, macht. Dafür nimmst du jetzt die Teleporter. Ach, da kannst du... Was wird das denn jetzt? Jetzt kommt eine 5 Sekunden-Banane. Ach, jetzt ist die Runde dran. Jetzt kommt die 5 Sek... Oh, mich wird die killen. Nee. Gar keinen. Äh, noch nicht. Nice. Der Wurm kann nicht weit genug werfen. Das ist jetzt ein Problem, ich glaube nicht, dass die Explosion rausgenommen ist. Die einen Schaden wird ja den Mauer machen. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, der ist tot. Oh, sei froh, dass er nicht runtergefallen ist. Das wär jetzt cool gewesen. Was cool ist, brauchen wir gerade seine Banane weggeschmissen. Du hast eine noch, Christian. Ja. Du hast eine noch, aber du kommst genauso wenig weit. Ja, aber der kann ja weniger Sekundeneinstands, die in der Luft spreaden. Ja, genau. Ja. Gucken wir mal, was da gleich passiert. Jetzt fliegt der immer weiter weg. Da ist ne Mine! Da ist ne Mine. Die hab ich nicht gesehen. GZ-Christian. Das gleiche, geniale Ende wie beim letzten Mal. 1170 Schaden. Das war gut. Du hast 6 Leute da erledigt, ey. Ja, ey, ey. Da hat Christian mit der richtigen Geduld und Taktik gewonnen. Also, wie geht's denn? Ja. Ach, heilig. Teise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.